Willkommen zurück zu Drakensang. Ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich doch nur in 720p aufnehme. Das heißt also 1280x720. Damit kann ich einfach mehr aufnehmen am Stück. Das heißt, ich kann euch öfters Drakensang bieten, weil ich ja nicht immer die Gelegenheit habe aufzunehmen. Und ich hoffe, dass ich dann auch weniger Performance-Probleme habe, weil die Festplatte nicht so schnell vorläuft. Weil jetzt konnte ich meistens schon nicht mehr aufnehmen, wenn die Festplatte noch 140 Gigabyte frei hat. Und wir haben nun mal eine 2TB Festplatte drin und noch eine 500 Gigabyte. Und ja, wenn der schon da meldet, kurz vor Ende, ich bin voll, dann habe ich ein Problem. Ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen bin ich noch ein bisschen verpeilt. Ich kann mal den Sound irgendwo leiser stellen. Wo geht denn das? Wahrscheinlich ernaut, dass der Sound wieder überall leiser gestellt wird, weil du kriegst ja immer diese modernen... Da ist es. Headset hat. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das leiser oder lauter ist. Aha, das ist nach unten ist leiser. Es geht los. Dann mal los. Ich bin mal sicher wie auf dem... Das ist aber ein Computerwerk. Piep, 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 piep. Äh, ja. Also, ich bin hier jetzt reingelaufen. Das kennt ihr vielleicht noch von der Karte. Das ist jetzt hier der... Habe ich das noch nicht gemacht? Achso, okay. Ja, das ist hier der Hof von der Kaserne. Ich sehe gerade, dass ich etwas anderes noch nicht erledigt habe. Das heißt, ich muss... Ich kann jetzt ruhig hier erstmal die Sachen einsammeln. Danach muss ich aber dann nochmal raus. Weil der Händler, der hat Informationen darüber, ähm... Was der, ähm... Oh. Okay, da geht's nicht weiter. Was der Dingens gemacht hat. Ich sehe nichts mehr. Geht aus dem Weg. Ich glaube mal mit... Wie erst die hier ein Stück. Ähm. Ach, jetzt wird mir der Name nicht ein. Also, was der eine Charakter gemacht hat, der momentan nicht dabei ist. So. Und ob der überhaupt was gemacht hat und so weiter und so fort. Weil das war der, der ihn angezeigt hat. Ich hatte das schon aufgenommen, aber es war wieder so ruckelig. Und deswegen hatte ich die Aufnahme wieder, ähm... Verworfen. Ich bin gerade aufgestanden, deswegen bin ich jetzt vielleicht noch ein bisschen torfig. Aber, äh... Die Handwerker gehen sonst wieder ab. Ich weiß gar nicht, ob ihr es beim letzten Mal gehört habt. Das war, sie waren eigentlich ziemlich leise. Deswegen hoffe ich mal nicht. Da habe ich einfach weiter aufgenommen, auch als die Handwerker zugange waren. So. Die hatten mir ja extra gesagt, dass wir noch ein bisschen warten, weil die Erfolgsquote ja noch so niedrig war. Aber jetzt geht's ja hier. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Das ist einfach so ein Stein im Weg. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, ob man springen kann. Ähm... Jetzt habe ich gerade auf springen gedrückt, aber nee, das geht nicht. So. Und anscheinend bin ich super rauschempfindlich, weil ich höre sogar bei dem Headset rauschen raus. Und denke so, hä? Okay, ich höre, wenn das Ding anschaltet, dann macht es erstmal einen Blick und dann höre ich erstmal so ein Grundrauschen, bevor die Musik anschaltet. Naja, keine Ahnung. Das Headset war eigentlich auch nicht billig. Weil die alten Gamer-Headset, die der Chris immer hatte, die funktionierten nicht mehr und die gab's auch jetzt gar nicht mehr zu kaufen. Deswegen mussten wir jetzt auf was anderes umsteigen. Das Kabel von dem Teil ist irgendwie arschmäßig kurz. Weiß ja nicht, was das denen bringt, wenn die so ein kurzes Kabel machen. Na, Kosteneinsparung. Aber es ist total nervtötend. Wo ist denn da was? Und, ähm... Das nervt halt ein bisschen. Ja, komm, jetzt. Treff die Dinger. So. Ein Bäre noch. Ja, mit den vermehrten Content-Treffern hatte ich jetzt auch schon zu kämpfen. Ich hatte auch oft Tragen, sagen jetzt, vermehrt Content-Treffer. Bisher aber nur welche von Firmen, die keine Anrechte darauf haben. Ich hoffe mal, dass das so bleibt, weil es ist ja halt schade, wenn ich die Musik dafür da abstellen muss. Nur weil da irgendwelche Firmen an den Musikrechte genommen haben. Bei Dragensang ist es ja ein bisschen schwierig. Also bei so großen Titeln wie die Sims, die sind ja auch aktueller. Da hat man auch noch einen vernünftigen Ansprechpartner. Aber Dragensang wurde ja zum Beispiel aufgekauft. Das heißt also, da hat man dann auch gar keinen richtigen Ansprechpartner mehr. Vielleicht dann den neu aufgekauften. Vielleicht kann man den dann ansprechen. Auf jeden Fall ist es halt ein bisschen schwieriger, als bei so aktuellen Spielen, wo man weiß, wem das jetzt gehört. Falls dann irgendwer doch da Rechte dran fordert, der... auch eigentlich keine Rechte dazu haben dürfte. Ja, das haben euch ja schon viele erzählt, dass das auf YouTube gerade ziemlich am Abgehen ist und... 2014 noch witziger wird und so. Bisher hält es sich jetzt in Grenzen und... Ja, schauen wir mal. Die Netzwerke werden da ja auch was dran machen. Ich bin ja bei Divimove und die sind ja auch immer auf dem neuesten Stand und geben sich Mühe bei allem. Also kann ich nur sagen, es ist ein tolles Netzwerk. Könnt gerne zu uns kommen. Man kann immer anschreiben, wenn man Probleme hat oder Fragen hat. So. Und was man bei Divimove halt auf jeden Fall merkt, dass die sich Mühe geben, dass sie mit jedem auch Kontakt halten können. Das heißt also, man merkt auch ab und zu, oder sie sagen auch ab und zu, ja, wir haben wieder neue Leute eingestellt, weil wir also am Wachsen sind und... Jetzt haben die und die einen neuen Ansprechpartner, aber... Der hat dann auch wirklich Zeit für euch und so. Das finde ich sehr gut, weil bei anderen Netzwerken merkt man das ja nicht unbedingt. Sagt keiner so, ja, wir haben jetzt hier neue Ansprechpartner für euch. Hat es jetzt... Nee, hat nicht geklappt. So, man muss die zittrigen Hände noch abwarten. Aber es ist halt wieder so eine Frage zwischen YouTube-Netzwerken, Rechteinhabern und bla 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 bla. Jetzt hat es geklappt. Weil für die Spieleindustrie ist es ja eine super Werbung, wenn ich hier die Spiele spiele, auch wenn die jetzt nicht aktuell sind. Die Leute kaufen sich die ja dann trotzdem, weil es ihnen gefällt, weil sie sehen, wie man das spielt und so. Und weil man ja auch bei einigen Spielen da nochmal anders durchspielen kann und so weiter. Und ja, deswegen haben die da eigentlich kein Interesse daran, dass wir Gamer damit nicht ein bisschen was verdienen, weil wir verdienen ja echt im Gegenzug ganz, ganz, ganz bisschen was. So wie YouTube verdient was. Und dafür machen wir unheimlich viel Werbung für die Spiele und machen die bekannt und beliebt. Und das ist ja für die Gameindustrie das Interessante und Wichtigere. So sind ja auch kleinere Firmen richtig groß rausgekommen, wie Minecraft und so, was keiner gedacht hat, dass das so viele Leute kaufen wollen und spielen werden und es so eine Mega-Industrie wird. Und der ist ja auch zum Millionär geworden. Der Minecraft-Erfinder hätte das ja auch nie vorher gedacht. Aber das ist dann auch einfach nur durch die Let's Plays so gekommen, weil dann auf einmal so viele Videos davon waren und wollte jeder das haben, wollte das jeder kaufen. Was zum Beispiel auch so, habe ich ja auch gemacht, nur offiziell. Das heißt, ihr sollt euch bitte das Spiel ordentlich kaufen und nicht cracken. Und ja, dadurch wurde der auch richtig, ja, hat da richtig Geld aus seinem Spiel machen können. Was ja auch ein tolles Spiel ist, aber ich habe es halt einfach über und die meisten anderen, die ich jetzt kenne, haben es auch über. Da haben es einfach zu lange gespielt und da kein Interesse mehr, deswegen spielen wir jetzt andere Spiele. Aber es ist schon auf jeden Fall interessant, solche Sachen mitzuverfolgen und dann mal drüber nachzudenken. So. Willkommen. Schaut euch nur um. Ich biete die beste Ware und das umfangreichste Sortiment in ganz Fairlock an. Bei Preisen, die euren Geldbeutel entzücken werden. Entschuldigt. Doch ich bin nicht an eurer Ware interessiert. Was? Wie kann das sein? Glaubt mir, ich biete nur Waren von sehr hoher Güte an. Wie gesagt, eure Waren interessieren mich nicht. Ich bin wegen eurer Anzeige bei der Stadtwache hier. Die über den Diebstahl eines wertvollen zwergischen Chronographen. Ihr sollt ausgesagt haben, dass Dranor ihn gestohlen habe. Dranor? Ach, ihr meint diesen verwegenen Halunken von einem Dieb. Selbstverständlich war er es. Erst hat er meiner Tochter schöne Augen gemacht, um mich abzulenken und mir dann den Chronographen aus der Tasche stippelt. Seid ihr euch sicher, dass es Dranor gewesen ist? Laut ihm ist er unschuldig gewesen und handelt sich um eine Verwechslung. Pappala Papp, so ein Streutsch würde doch alles erzählen, um sich seiner Haut zu retten. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Nun gut, weil das nicht so lange dauert. Gab es denn Zeugen für diese Dieberei? Zeugen? Sicher gab es die. Mich zum Beispiel. Mir wurde der Chronograph schließlich gestohlen. Noch jemand, der den Diebstahl sah? Ach ja, natürlich. Meine hübsche Tochter Viola war natürlich auch dabei. Sie arbeitet hier am Stand. So, wir stellen noch mehr Fragen. Wie konntet ihr euch so sicher sein, dass Dranor der Schuldige war? Dranor? Ach so, ja, entschuldigt. Wo sind nur meine Gedanken? Wie schon gesagt, er war zu dem Zeitpunkt der Einzige in der Nähe. Er machte meiner Tochter schöne Augen, um mich aufzuregen. Und im günstigsten Moment stahl er mir dann den Chronographen. Was ist danach mit dem Chronographen passiert? Wurde er gefunden? Ach, der Chronograph? Tja. Ach, was ist nochmal mit dem Chronographen passiert? Lass mich kurz überlegen. Die muss bestimmt noch dieser Halunke haben. Ich habe gehört, er wurde ja erst vor kurzem verhaftet. Immerhin etwas Gerechtigkeit. Den Verlust des Chronographen bemerktet ihr nicht sofort? Bemerkt? Oh je, wie war das nochmal? Ich glaube, erst einigen Minuten später, als ich nach der Zeit schauen wollte, bemerkte ich, dass er verschwunden war und kombinierte blitzschnell den Hergang des Diebstahls. Das war's. Dankeschön für eure Mitarbeit. War da gerade jemand? Ich glaube, da ist gerade jemand gekommen und wollte handeln. So, dann fragen wir die Tochter noch aus. Guten Tag. Was kann ich euch Gutes anbieten? Dürfte ich euch etwas über den Diebstahls Chronographen eures Vaters fragen? Oh ja, erinnere ich mich sehr gut. Vater machte einen großen Krach und seinen vermissten Chronographen. Ähm, euer Vater erwähnte, dass der Dieb vorher in einem Gespräch mit euch verwickelt war. Oh ja, er war ganz reizend, ein süßer Bursche, mit einer schönen weichen Stimme. Es lag Poesie in seinen Worten. Sicher doch, fragt. Könnt ihr den Hergang des Diebstahls erzählen? Nun ja, wirklich gesehen habe ich ja nichts, nur wie sich mein Vater bei den gestohlenen Chronographen aufgeregt hat. Euer Vater erzählte mir, ihr seid eine Zeugin des Raubes gewesen. Nun ja, nicht wirklich. Den Diebstahl selbst habe ich nicht gesehen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls gab es keine weiteren Leute hier am Stand, sagte euer Vater. Stimmt das? Also, meine Erinnerung an diesen Tag ist etwas, ähm, es war doch ein sehr geschäftiger Tag. Mit vielen Kunden, wir hatten alle Hände voll zu tun. Der Verbleib des gestohlenen Chronographen wurde nie geklärt. Ist dem so? Ungeklärt? Wie? Das verstehe ich nicht. Einige Wochen später hat der doch besagten Chronographen einem Verwandten zum Geschenk gemacht. Dennoch muss er wohl beim Dieb gefunden worden sein. Ähm, also ich bin etwas verwirrt. Die Aussagen von euch und eurem Vater können unterschiedlich ja nicht sein. Wie kann denn das sein? Vater, was hast du denn schon wieder erzählt? Was? Wie? Was meinst du damit, Viola? Was habe ich denn wieder erzählt? Über den Diebstahl deines Chronographen. Ach so, naja. Nur, dass was passiert ist, dieser, ähm... Dranur? Ja, genau. Dranur hat mit dir geflirtet, um mich abzulenken und mir dann meinen Chronographen zu stehlen. Das habe ich dann erst einige Minuten später bemerkt. Gestimmt, es wäre mit meinem goldenen Schmuckstück. Jawohl. Nun ist der Anteil hinter Gitter nur mein Chronograph fehlt. Leider immer noch. Naja, in seinem Gesetze... Gesetze wahrscheinlich, ne? Was erzählst du eigentlich? Es hieß doch gar nicht Dranur, es hieß Randur. Und den Chronographen hattest du doch einige Wochen später wieder zurückbekommen. Er war doch das Geschenk an Onkel Roland. Hä? Selbstverständlich. Ich habe ihn später meinem Bruder Roland geschenkt. Aber er hieß nicht Dranur. Lass mich überlegen. Vater, sag, kann es vielleicht sein, dass ihr den Chronographen an diesem Tag zu Hause vergessen habt und gar nicht bei euch truckt? Nun, Schatz, wenn du es so ansprichst... Ja, ich glaube dem war so. Ich erinnere mich nicht mehr so gut. Die Anzeige gegen Dranur bei der Stadtgarde habt ihr aber nicht fallen gelassen, nachdem ihr euren Chronographen gefunden hattet. Das muss ich wohl in der ganzen Hektik einfach vergessen haben. Vater, wegen dir sitzt nun ein unschuldiger Mann hinter Gittern. Ja, oh, nein, ich, äh, warte, schreib euch schnell einen Brief, der die Schlage, der die Sachlage klärt. So, fertig. Noch ein Siege drauf. Bitte gebt dies bei der Stadtgarde ab. Es sollte eurem Freund die Freiheit schenken. Unfassbar, was ich hier hören muss. Gebt ihn her, euren Brief. Nächstes Mal solltet ihr besser Acht geben, wenn ihr, wenn ihr, weswegen, wen ihr weswegen zur Anzeige bringt. So, okay. Jetzt haben wir das nämlich, dass Dranur gar nichts gemacht hat, dass der Typ einfach nur irgendwen anschwärzen wollte, sozusagen. Hauptsache, irgendwer wird angeschwärzt. So, und jetzt sollen wir der Stadtgarde den den Brief geben. Das ist da, wo wir eben schon mal waren. Da laufen wir jetzt hin und geben den ab. Da ist ja noch etwas zum Kaputtmachen. Habe ich nicht alles mitgenommen hier. So, ich habe jetzt auch permanent 30 Frames. Sonst ist es immer gesprungen von 60 auf 30 und bla bla bla. Ist auch nicht so schlecht. So. Diese Truhe ist noch verschlossen. Die können wir mal versuchen, zu öffnen. Ha, hat auch geklappt. So. Dann klären wir das Ganze doch mal. Mit der fabelhaften Stimme von einer Stargate. Vom Stargate-Hauptcharakter. So, Memphakata. Hallo. Nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Womit kann ich euch behilflich sein? Ich komme wegen Dranur. Er ist unschuldig verhaftet worden. Ich habe hier einen Brief mit Siegel des Händlers Wolfgar Harpel, der dieses Missverständnis erklärt. Dranur? Unschuldig? Ha, zeig mal her. Aha, aha, aha. Was? Was? Wie kann es dieser aufgeladene Fatzke von einem Händler so etwas anmaßen? Einfach nicht zu glauben. Jemanden anzuschwärzen, weil er einen ähnlich klingenden Namen hat. Weil der feine Herr sein Zeitmesser verlegt hat. Dabei erinnere ich mich noch allzu gut, wie er einen aufgeregt zu mir kam, wie etwas von seinem seltenen zwergischen Zeitmesser vor heute. Er hat mir sogar mit seiner Bekanntschaft zu Graf Goring gedroht, wenn ich nichts unternehme. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser aufgeblasene Widerling. Wenn er es noch einmal wagen sollte, mir solche Märchen aufzutischen, dann wird er mich kennenlernen. Ich... Äh, hallo? Unterbrechung. Was ist denn jetzt mit Dranur? Kann er jetzt wieder freikommen? Was? Ach, entschuldige. Ich bin sowas von einfach... Ach, ich sehe einfach rot bei sowas. Aufgrund eigener Dummheit andere in den Kerker werfen zu lassen. Unfassbar. Rübiger, lasst sofort den zu Unrecht eingekirkerten Dranur frei und bringt ihn hierher. Jawohl, Frau Wachhauptfrau. Es tut mir wirklich leid für Dranur. Das ist alles sehr... Ist mir alles sehr unangenehm. Rübiger wird sicher gleich mit ihm zurückkehren. Mein Gott. Frau Wachhauptfrau, der gefangene Dranur, wie ihr befohlen habt. Oh, endlich, endlich wieder frische Luft. Dranur, dank Shaiyari, ihr Eisblüte, seid ihr wieder ein freier Mann. Eure Unschuld ist in dem Diebstahl wurde bewiesen. Ihr seid frei zu gehen. Bitte verzeiht diesen Irrtum. So etwas wird es nicht mehr vorkommen. Nun ja, ganz allein, mein Verdienst ist es ja nicht. Wenn Salina nicht gewesen wäre, hätte sich das ganz wohlmöglich nie aufgeklärt. Salina, sie sind Pferdok. Und sie hat sich um meine Freiheit bemüht. Das ist ja wundervoll. Ja, dann gebührt natürlich auch ihr Dank an Erklärung des Vorgefallenen. Entschuldigt nochmals dieses Missverständnis und bitte versucht nicht wieder über die Stadtmauer zu klettern. Schon gut, euch habe ich zu keiner Zeit öfters vorgeworfen. Dieser Händler ist derjenige, dem ich das anlasste. Was das Klettern über Stadtmauern angeht, so gelobe ich natürlich Besserung. Aber entschuldigt mich, Shaiyari Eisblüte, wir sollten gehen. Gut, dann wartet doch in meinem Pferdokker Anwesen auf mich. Es ist direkt am Praiausplatz gegenüber des Tempels. Ein Anwesen bei Fex. Ihr seid in so kurzer Zeit an ein Haus am Praiausplatz gekommen. Unglaublich. Naja, die Umstände, unter denen ich das Haus übereignet bekommen habe, sind nicht nur erfreulich. Gav Groen hat es mir für meine Hilfe bei der Aufklärung der Morde überlassen. Es gehörte meinem Freund und Mentor Ado von Eberstamm. Er war ebenfalls ein Opfer der Morde. Oh, ich trete auch in jedes Fettnäpfchen Fex, vergib mir. Nun ja dann, findet ihr mich dort. Nochmals Dank für eure Hilfe, das werde ich euch so schnell nicht vergessen. Hallo, nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Womit kann ich euch behilflich sein? Ich wollte nur mal schauen, wie es euch so geht. Und ob ich die Stimmen oder so noch ein bisschen besser einstellen kann. Achso, die Sprache ist schon auf 100%. Was gibt's denn? Die gehen immer noch so leise. Naja, egal. So. So, dann haben wir das nämlich auch wieder geklärt hier. Gibt Salina Bescheid? Ich sollte Salina Bescheid geben, dass Drano wieder auf freiem Fuß ist. Die Arme beint. Ich schaue ansonsten noch die Augen aus. Gucken wir mal, ob wir hier noch mehr komische, verschlossene Truhen finden, die wir öffnen können. Oh je, oh je, was mache ich jetzt? Dieser blöde Zwerg und dieser blöde Brunnen. Ja. So. Oh je, oh je, was mache ich jetzt? Dieser blöde Zwerg. Der Nase nach. Und dieser blöde Brunnen. Auf geht's. Was zieht jetzt los mit meiner Maus? Meine Maus will ich mir. Was geht jetzt? Hallo? Ist der Akku alle oder was? Ich habe aber auch immer so ein Glück, ne? Ist mir eben runtergefallen, aber es dürfte ja eigentlich nichts daran damit zu tun haben. Oh, jetzt kriege ich es nicht mehr zu. Moment. So. Hör mal an. Mal aus. Aha. Die ist auch noch verschlossen, die Truhe hier. Ach, Mann. Wahrscheinlich der Akku leer zu sein. Muss ich gleich mal kurz in der Batterie holen. Oh. So ein Scheiß. Weil ich will auch nicht die Maus von Chris benutzen, dann habe ich gleich wieder Armschmerzen. Einmal kurz wechseln. Das ist ja丸. So, jetzt ist die neue Maus, äh, die neue Patrogena Maus. Jetzt funktioniert das auch wieder so, wie es funktionieren soll. Und wir schauen uns hier gerade mal ein bisschen um. Aha, hier liegt noch so eine große alte Truhe. Ich hatte eigentlich schon bei der einen Aufnahme, die ich jetzt hier gelöscht habe, der, ähm, Gladys eine neue Waffe gegeben. Aber vielleicht nehmen wir dann einfach den Drano mit. Und der Gladys fällt mir immer so schnell um. Das muss ich mal überlegen. So. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einiges, ähm, mitgenommen schon. Gucken, ob es hier noch eine Truhe gibt. Ich glaube, da vorne rechts gab es noch eine. Ne, hier gibt es keine mehr. Und so, dann sollen wir Salina Bescheid geben. Soll ich schleichen? Könnte dranhören ja eigentlich selber, aber gut, dann geben wir Salina Bescheid. Oh je, oh je, was mache ich jetzt? Soll ich schleichen? Dieser blöde Zwerg. Und dieser blöde Brunnen. Ja. So, Richtung Prajusplatz. Das war noch Fösser. Hier hatten wir die Thronen, glaube ich, alle schon geöffnet, oder? Ja. Hier liegt sie auch immer so gerne, aber es hält sich noch in Grenzen. Sie ist sogar noch zu. Soll ich schleichen? Wir sollten uns dann irgendwie noch ein paar Dieteriche kaufen. Ah, das ist lohn. Was verkaufst du denn? Oh. Kräuter? Ne, Kräuter. Gerade nicht so der Bedarf dran. Na, das muss ja ziemlich zu sein, das Teil. So. Hier gibt's Waffen. Da haben wir wieder alles mögliche an Kram verkauft. Gibt's die denn auch... Nee, Schlussknacker haben sie nicht im Angebot. So, das hier. Schank-Mart-Hasenbusch. Okay. Das war ein... ...Rüstungshändler oder sowas. Aber... Herr...